Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Freitag, dem 3. November. Guten Morgen, Geek Talk Daily. Jan aus Wien hier. Ich habe heute wieder 10 Technik-News für mich vorbereitet. Wir starten bei Razer, gehen zu GoPro, zu Facebook, zu Lenovo, zu Amazon, zu Sonos, zu Audible, zu 1Password und schließen mit Korg. Wir starten mit Razer und die haben vorgestern Abend dann noch, das war noch zu spät für die Folge, ihr Smartphone vorgestellt. Das war ja schon lange angekündigt. Jetzt hat es quasi das Licht der Welt erblickt. Ein schwarzes Ding aus Aluminium besitzt satte 8 GB Speicher, wie schon vorher angenommen, einen Qualcomm Snapdragon 835. Ein 5,27 Zoll It's Good Display mit 2560 x 1044 Pixel Auflösung. Die Besonderheit an dem ganzen S hat 120 Hz Bildwiederholfrequenz, das kennen wir vom iPad Pro 10,5 Zoll. Das iPhone X hat das nicht. Keine großartigen News, sage ich jetzt mal mehr oder minder. Dolby Atmos ist drinnen, das war anzunehmen, nachdem man TX gekauft hat. Eine Kamera mit 12 Megapixel hinten, 8 Megapixel vorne, 4000 mAh starker Akku, Qualcomm Quick Charge 4 Plus, eine Stunde und das Ding ist auf 85% wieder geladen. Was ist darin besonders spannend für Spieler, abgesehen von dem starken Hardware-Paket und dem schnellen Display, hat man eine Kooperation abgeschlossen mit anderen Spieleherstellern, vorneweg Square Enix. Die sollen quasi jetzt Spiele ausliefern, die für dieses Gerät quasi gemacht sind und die starke Bildwiederholfrequenz von 120 Bildern pro Sekunde auch ausnutzen. Der Verkauf startet hierzulande, also bei uns am 17. November 2017 über die Razer-Seite, bedeutet in 14 Tagen. Das Ding kostet 749 Euro. Wir kommen zu den Quartalszahlen und das ist ja wieder große Quartalszahlenreigen, das hatten wir ja schon die ganze Woche. Apple hatte gestern Abend, das ging sich für die heutige Folge auch nicht mehr aus, aber unterm Strich ist es da eh völlig egal, was kommt. Denn alle blicken eher auf den Vorkast, der Richtung Weihnachten quasi geht, weil ja eben auch heute das iPhone X startet. Und da ist der Ausblick wesentlich interessanter als der Rückblick. Ähnlich ist es leider bei GoPro, nur dass es dort eher schlecht ausschaut. Zum einen mal die guten Nachrichten, man hat es geschafft, dass man letztes Quartal wieder ein Einkommen erzielt hat, also Gewinn gemacht hat. 15 Millionen US-Dollar, das ist nicht wirklich viel, aber im Vergleich zum letzten Jahr, da waren es 100 Millionen Dollar Verlust. Dementsprechend da jetzt wieder rauszukommen, ist natürlich eine sehr starke Sache. Auf der anderen Seite, das ist das Hauptproblem, der Ausblick für die Holiday Season, also quasi jetzt für Weihnachten, ist nicht zu berauschen, beziehungsweise unter dem, was die Anleger erwartet haben. Dementsprechend ist der Börsenkurs um 10% gefallen. Der Grund für die vorläufige Steigerung war mal vor allem, dass sich die Hero 5 nicht so gut verkauft hat, wie man das erwartet hatte. Aber die Hero 6 sich offensichtlich ganz gut verkauft. Zudem, die Hero 6 ist ja ziemlich teuer. Dementsprechend, ja, der Stückpreis hat sich erhöht. Das ist ja mal eine ganz positive Sache. Wie sich ihre Fusion 360-Grad-Kamera schlagen wird, muss ich noch zeigen. Wir kommen zu Facebook und da mache ich es jetzt ganz, ganz kurz. Die haben einen wahnsinnig hohen Umsatz und einen wahnsinnig hohen Gewinn. 4,7 Milliarden US-Dollar wahnsetzt. Man konnte weiter wachsen. Trotzdem, alle glaubten, dass Facebook einbrechen wird, haben dies trotzdem geschafft. Sehr, sehr starke Zahlen von Facebook. Wir kommen zu Lenovo und die haben beschlossen, von Fujitsu die Computersparte zu kaufen. Eigentlich ein recht günstiges Geschäft. 157 Millionen US-Dollar soll das ausmachen. Im Falle eines wirtschaftlichen Erfolges geht das Ganze auf 269 Millionen Dollar in die Höhe. Warum macht Lenovo das? Ja, einerseits man will wachsen. Klar, auf der anderen Seite, der PC-Markt soll sich deren Meinung nach erholen. Auch der Markt bei den Servern. Dementsprechend möchte man stärker auf dieses Segment setzen. Und ja, Lenovo entscheidet sich dazu, die Sparte zu kaufen. Wir kommen zu Amazon und die haben ihre Apple abgetreten, zumindest in den USA. Da ist die AirPods AR-Kit fähig mit einem iPhone, das älter ist als das iPhone 6S. Also ab 6S und älter kann man Objekte, die man kaufen möchte, bereits in seiner Wohnung platzieren. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich sie einfach abfotografiere und bei Amazon sagt, was das ist. Das kann sie schon länger. Sondern eben tatsächlich, dass ich Objekte, die ich kaufen möchte, quasi schon virtuell in meiner Wohnung platzieren kann, um mir anzugucken, wie das Ganze denn aussieht. Wir bleiben bei Amazon und da gibt es jetzt wie immer die Verlängerung der Rückgabefrist im Weihnachtsgeschäft. Für alle Produkte, die ab dem 1. November, also vorgestern, gekauft wurden, bis zum 31. Dezember, gibt es eine verlängerte, ausnatürliche Rückgabefrist bis 31. Jänner. Um so bei Weihnachtseinkäufen auf jeden Fall auf der sicheren Seite zu sein. Wir bleiben bei Amazon, zumindest bei dem Sprachdienst, den ich jetzt absichtlich nicht namentlich erwähne. Der hat ja seit kurzem auch Einzug gefunden in die Sonos-Boxen, namentlich in die neue Sonos One, die ich auch hier stehen habe und mit der ich sehr zufrieden bin. Und da soll es ja möglich sein, dann auch Spotify bei Sprache zu steuern. Leider ist das nicht ab Start der Fall gewesen. Leider gehen einige Features von dem Amazon-Sprachdienst nicht von Anfang an mit den Sonos-Boxen, den neuen. Ja, ab 21. Dezember soll es dann aber final soweit sein. Ab dann wird Spotify unterstützt, Gott sei Dank. Wir kommen zu Audible und die haben auch heute, also gestern in Deutschland, den Original Podcasts gestartet. Da geht es darum, dass exklusive Podcasts nur über Audible angeboten werden. 20 Stück sollen das sein. Ja, schwierige Sache, wir sind auch im Podcast. Podcasts hinter einer Playwall permanent zu verstecken ist immer eine schwierige Sache. Ich bin großer Fan der Wochendämmerung gewesen. Die wurden ja, die gibt es zumindest nicht mehr auf Amazon, sondern ist Gott sei Dank extern außerhalb des Audible-Angebots. Ja, andere werden ab sofort aber hinter der Playwall verschwinden. Unter anderem zum Beispiel das Brand 1 Magazin, die Bunte und auch ein Beitrag der Satire-Zeitschrift Titanic. Schade drum, aber ja, vielleicht hilft es Audible, mehr Kunden zu kriegen oder mehr Leute, die ihre App nutzen. Wir kommen zu OnePassword. Heute wird ja das iPhone X ausgeliefert. Viele warten schon darauf, ich auch. Und die haben jetzt ein Update rausgehauen. OnePassword 7 ist erschienen. Einige Verbesserungen für alle, aber auch vor allem die Verbesserung, dass das Ganze jetzt Phase-ID unterstützt. Das ist halt vor allem für iPhone X Nutzer. Heute dann ein spannendes Update. Wir schließen die heutige Nachrichtensendung quasi mit Kork. Kork, das ist ein und für sich ein Hersteller für MIDI-Hardware, also für Hardware für Musiker. Und die bringen jetzt ein Nintendos Switch-Spiel raus. Relativ spannende Geschichte, kann man sich mal angucken. Generell wird fraglich sein, wie diese Software quasi, beziehungsweise die Hardware-Plattform der Switch, für das Erstellen von Musik auch genutzt werden kann. Der Touchscreen, die kleine Größe, auch die zusätzlichen Controller. Da könnte schon einiges möglich sein. Kork zeigt das in einer netten Demo. So, das war's mit meiner heutigen Sendung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Warten auf eine iPhone X, sofern ihr dann wartet. Ansonsten wünsche ich euch einen möglichst kurzen Freitag, einen schönen Start ins Wochenende. Das waren meine 14 Tage hier mal. Ich habe ja quasi zwei Wochen gleich am Stück gemacht. Freut mich, dass ihr das mit mir so lange ausgehalten habt. Ab nächster Woche ist dann der Aachim wieder völlig da. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis bald. Ciao. Hört mehr Geek Talk.